Das kommende Album von Daniela Alfinito trägt den Titel Blick nach vorn. Das Album erscheint voraussichtlich am 3. Januar über das Label Telamo. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.